Also man spürt die soul of musico durch den Film, die Seele des Musikers. Und man spürt, dass sie ihm vertrauen. Erzählen Sie ein bisschen, beide, von dieser Reise, wie Sie zehn Jahre gegangen sind. 30 Minuten. Just a few words to say. 100 Minuten, ja, ich rede, das sind meine ganze Worte. Also da reichen 30 Minuten nicht, weil das sind acht Jahre. Me aloitettiin tämän projekti. We have this project. Maybe you should give us. Ja, ja on. Me aloitettiin tämän projekti. Itse asiassa tämä kuva, missä Pohjoinen hyppää tähän avantoon. Tehtiin tasan kymmenen vuotta sitten. Also das Bild, wo er, das Bild, wo Pohjoinen ins Wasser springt, wurde schon vor zehn Jahren aufgenommen. Also so lange arbeiten die beiden jetzt schon zusammen. Ja, ja sitten me tehtiin tätä elokuva kahdeksant vuotta. Ja, se on nyt, sehne valvistus, siis kaksi vuotta sitten. Und dann haben wir diesen film acht Jahre lang gemacht. Und es also jetzt gerade fertig geworden. Ja, ja sen verran meni siihen, että saatiin tämä luottamus kasaan. Ja, ja, also auf die Art kam dann das Vertrauen zu Stein. Mutta lähtökohtas, tietysti mullakin on niinku musiikitausta. Ja, että no, viivu on, ja. Also ich habe auch einen fünktarinen Hintergrund, weil ich Geige und Gitarre gespielt habe. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Also ich habe auch Kamera gemacht gemacht. Das heißt, sie haben gleichzeitig die Umsexist in Bilder einigesetzt. Ja sie haben sich. Äh, ja. No joo, siis kamera, siis tämä elokuvan kuva, ja kameratyöskentelü on mulle ollut tavallaan se mun instrumentti. Ja also kameraarbeit, das ist sozusagen sein instrument, also des tradisseurs bei dieser Arbeit. Soma, vielen Dank, Felix vom Kölner vom Haus. Zehn Sekunden Vokras. Ah, ich kann so reden, ist okay. Ich habe eine Frage an Sie. Es war ein langer Kampf, dass Sie das Instrument so spielen konnten, wie es Ihrer Seele entspricht. Tuntee, että se oli pitkä ja kova taistelu, ennen kuin tosiaan kykenit soittamaan soittimesi niin kuin sen haluat. Joo, ehkä se ei ole niin, vaan se on musta enemmänkin niin, että se, että tässä koko dokumentin tarkoitus on, että se on vaikeinta ollut se, että osaa löytää sen tavan, millä haluaa sitä soittaa. Ja das ist eigentlich auch der inhalt des films. Das ist einfach ein harter und langer Kampf ist. Und das ist eben darum geht die eigene form zu finden mit der man das Instrument spiel. Und das Akkordeon ist eben ein Instrument, von dem eigentlich jeder schon eine feste vorstellung hat. Ja, se, mita mä oon tehneet viimeischt kaksi yöntä vuotta, niin mä oon tehnyt rikkua sen mielikuvan. Ja, und es ging mir eben darum, diese vorstellung zu zerstören, und daran habe ich eigentlich all die Jahre gearbeitet. Jarkko palatisimme? Ja, ja ja, kratkasti voin! Myös alkoi, että he. Sano haluaisin kувat käveущaa niin, ja ehkä esimerkiksi minä yöön. Jarkko, että morjain yö on kyllä puhuu oda? Kyllä on haluat hain tavan. Was ist sie? Also, sein Vater ist nicht so begeistert. Er unterstützt das nicht, aber Mutter hat immer gesagt, Gott sei Dank spielst du ganz anders als dein Vater. Also, ich glaube, dass ich nicht so begeistert, dass alle Menschen, die ich so begeistert, dass ich mich so begeistert. Also, es ist wichtig, dass ich mich so begeistert. Also, es ist mir egal, ob das andere gefällt oder nicht, Hauptsache es gefällt mir selbst. Vielen Dank.